Musik So hübsch Oh, da liegt er schon Nein, ich wollte nicht aufsteigen Ich hole dir das Prime Meat Weg Kann er schon essen? Achso, wie heißt er? Ist es ein Mädchen oder ein Männchen? Der hat ja noch die Männchen, ich sag dir gleich Andra heißt er Was? Andra A-N-D-R-A Warum Andra? Weil mir der Name gut gefällt Und weil es mal ein Vorschlag war Echt? Ja, ich fand den Namen nett Die hat immer noch den Puschel da Warte mal, ich muss mal ausschalten Oh, die ist super hübsch Ja Ätsch Andra, kannst du da hochfliegen? Oh, fast Ich komme da auch nicht hoch Komm Andra So Das ist deine Kompensant Ja, das ist deine Ja, die Gegend ist hier ein bisschen Bisschen merkwürdig Darf ich... Kannst du mal pfeifen? Der folgt dir, glaube ich noch Danke Bring ich jetzt Ups, ich hab Schlocker Wo ist er denn jetzt? Bring ich mal rein Auf meiner Schulter Und ich bringe ihn gerade rein Wo ist denn mein Vogel jetzt? Oh, die Schöne Tür Soll man denn mit den ganzen Kompis? Obwohl, das geht ja gut, ne? Aber der weißen, der konnte ich nicht dran vorbei Die sind ja echt schnell zu zäh Der war gerade am Kürnchen Mit... Mit einem... Den hab ich gerettet Husby Hast du ihn immer mehr da unten stehen lassen? Der steht hier oben jetzt Hier Kannst du ja mitkommen Ich wollte jetzt mal gucken Ob wir so ein Viech finden Ja Da war ich ja auch gerade Und er solltet ihr wieder in die Schluchz 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 Erstmal geh ich nochmal hier oben gucken Die haben wir bestimmt schon wieder Oh ja, hier liegen ganz viele Leichen rum Erstmal gucken, was das für Leichen sind Da Nicht, bevor du die alle wegknabberst Du kriegst das Material Was drin ist, kriegst du eingesammelt Ich will gucken, was das für Viecher sind Kann das ja so schwer sein Ich will nicht die eh nur looten oder was weiß ich Ich will einfach nur gucken, ob wir inzwischen hier solche Viecher hatten Weißt du, diese neuen Ach so Ja Ja, dafür war das Vieh, wo ich drauf zugeführt Mir nochmal Vieh zu gehen Aber nicht der Kleine, auf den ich mir angeguckt hab Deswegen, bevor du die wegknubst bist Wollte ich einfach nur mal gucken Ob wir schon die Chance haben, dass sie bei uns spawnen Oh, hier unten Oh Oh, hier unten? Ja Oh, hier unten Alles weg Oh, hier unten Hier ist ein Kano Oh, was ist hier denn? Lüpfende Action Hier hinten musst du mal gucken Hier geht das voll ab Ich weiß ja nicht, ob die bösartig sind Die Die Ofenauktoren Ja Das sind Böse Ja, so wie die los Ja Dafür hat Frisbee unheimlich viel Ausdauer Ich geb die ganze Zeit Vollgas Na gut Ob ich da Vollgas gebe Oder Dann haben wir auf jeden Fall eine Schaufel Ähm Wofür laufen die denn immer alle weg? Ich seh immer nur rennende Paras Äh gut, ich mach ihren Namen alle Ehren Da ist ein Dilo Und da hinten ist unser Strand Hier, ich bin wieder bei dem kleinen Strand Mit den beiden kleinen Hütten Ja, ich hab grad ein Dilo auf den Traik geschmissen Können sich dann selber wirklich Da ist ein Und die sind Ne, die sind, die sind Was ist denn da oben? Lass mich mal am Kopf kratzen Ja, wie soll man nicht da hinkommen, bitte? Oh, das geht sogar Hier hat mich gerade wieder Brumseln angegriffen Nur weil ich ein Strahlehm machen wollte Ich find sowas nicht schön Und der Kanu kam mir zu Besuch Süß Der ist hier gerade runtergefallen Wollt mich beißen Süß Süß, ne? Fand ich auch süß Bist du so ein Neuer? Äh Das ist ein Patschi Wer beißt mich hier? Ach, du bist da oben Ich bin da unten bei dem Skorpion am Kopf Was sind aber Dilos Dilos? Dilos? Ja, das hier ist ein Dilo Das hier auch Oder Dilo Das Gute ist, wenn du nämlich Insekten hinter dir her hast Mega Neuren Musst du bloß Ach, das ist ne ganze Herde von den kleinen Kompis Ne Herde auch noch Ja Ich glaub, ich hab einen Tja, ne, das ist ein Raptor Der wird gerade von Mega Neuren angegriffen Oh, was weiß ich Sechs Stück Mindestens Wieso hab ich ne Rezept gekriegt? Ein Äffchen Hier sind ganz viele Äffchen Das war ja lustig Da kam so dicke Brumsel auf mich zu Ich glaub, ich hab einen Ich muss absteigen, ja Oh, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Ich muss aufsteigen Ich mag die Kompis nicht umbringen Ich find die so niedlich Oh Ja Ich musste gerade Kompis umbringen Weil die mich alle angegriffen haben Echt? Das war nicht schön Ach, hier sind noch ein Schlafsack Ich dachte, was ist das denn? Das ist mein Schlafsack Mal hier oben Wo man das Pferd gezähnt hat Ja So, kommt hier noch eine? Oh, noch so ein Dilu Ich weiß nicht Ich bin hier ja weitergeflogen Ja, da wo Ja, ich mach dir aber die Viecher alle weg Oben lang Also da, wo wir das Pferd gezähnt haben Und dann oben weiter Dann kommst du automatisch zum Sumpf Da kommen sechs oder sieben Kompis Ja, ich hab mit Brumseln zu tun Oh, ein roter Strahl Das ist sicher? Ja, nimm mal mehr Setz dich jetzt aber gerade mal hin Die ist aus der Puste Ja Ich fliege mal hier lang Ja, ich bin mir sicher, dass es ein roter Strahl ist, glaube ich doch Ich bin mir sicher, glaube ich Auf jeden Fall ist er rötlich Das ist ein Patschi Im Sumpf Müsstest du eigentlich sehen können, wenn du auch im Sumpf bist Ähm, ich bin nicht mehr ganz im Sumpf Ich guck mal Ich suche ja immer noch die kleinen neuen Tiere Da hinten? Der ist lila Wer hier? Welcher denn? Welcher der hier? Der da, wo ich bin? Bist du da hingeflogen? Ja Mit einem violetten Strahl? Keinen anderen sehe ich ja nicht im Sumpf Nee, der ist eindeutig violet Violet Hier sind jetzt echt überall Kompis, ne? Unmengen Ja Die müssen alle sterben Das hilft, Lex Du bist aber ein hübscher Hübscher, toter Raptor Kleine Lecks, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht Ich hab hier ganz viele Fliegen Hinen Rumseln Das ist schlecht Soll ich dir helfen? Ich auch Aber richtig viel Bis du nicht hier bist Ich bin noch mehr angeschleppt, hast Ne, lass mal Also ich bin jetzt gleich am Jetzt der Strahl weg Stimmt Hast du ihn weggemacht? Nein Da kam ich nicht zu Ich bin bei dir Guten Tag Ja, aber die Viecher sind jetzt tot Wir sind nicht im Sumpfgebiet Wenn wir hier landen, dann ist das tot Ja, hier vorne ist nämlich richtig was los Da sind ganz viele Rumseln Ja, hier müsste man aber auch so ein Viech dann sehen können Wir können aber wieder zurückfliegen Hier zur Schloft Boah, ich hab da ganz viel weggemacht Ja, aber ich hab auch noch weggemacht Was sind aber die los? Okay Einer wird erwischt Die nerven dermaßen Ich muss mal landen Ja Keine Püste mehr So Ich sitze hier oben auf dem Felsen So Da unten bist du Das ist ja ein Raptor Oh Was? Ich hab ein Kompi Äh, 110 Hast du eingesammelt? Ja Können wir ja 10 Ich hab aber kein Prime Meat mit Da müsste man vielleicht den Spino Der jetzt hier inzwischen an Land gekommen ist Der Große Okay Dann mach mal Der hat aber Level 104 Achso, ne, den mach nicht Dann lass uns woanders hin Wo es ruhig ist Da hinten war so ein Haus Aber der Hütte da ist doch gut Also ich hab mein Gewehr mit Ja, aber trotzdem musst du erstmal jetzt ein Prime Meat holen Meinst du, eins reicht? Ja, eins reicht Hier sind Raptoren Die haben aber kein Prime Meat Das ist der Raptor, ne Ein Huppi Ab Thorn haben wir aber kein Prime Meat Ich flieg mal da oben hin Ja, ich weiß So, geh doch mal weg, du Paranus Da hat nix Da hat nix So, ich kann jetzt auch nicht rumfliegen Viel, weil sonst hab ich keine Energie mehr Ja, dann komm doch hierher Ne, ich bin jetzt oben am Baum Weil es hier ganz ruhig ist Und du kannst jetzt in Ruhe frei mit mal zum Kunden Und ich warte dann hier Da kannst du dir an den Krallen einfach abschießen Wen kann ich abschießen? Achso, ja Ne? Ja Prime Meat Das sind Affe Haben die Prime Meat? Die Großen? Ah, das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Schweine haben kein Prime Meat Skorpione Das war ja blöd Ich muss mal gucken Ich weiß, wo welches gibt Ich muss ja trotzdem kurz mal landen Du könntest den Schlangen Schlangen am Prime Ja Ach, da bist du jetzt Tschüss Tschüss Ne, hier war gerade Raptor hinter einem Dodo her Und dann haben sie sich beide Lemming-mäßig in die Tiefen gestürzt Da ist ein Spino Mal gucken, wie groß der ist Level 100 Auch, siehste Gibt große Spiele Das finde ich gut Auch close Hier ist ein Kogodil Level 104 Was kommt denn dieser scheiß Pulmono-Skorpion Das haben wir hier noch Na, wer gewinnt Ich habe auch gut hier ein Leben, ne Das Kogodil Mal gut leben Oh Da kommt gleich ein Kogodil Ein ganz großes Das war ja geile Aufnahme Ich glaube, das hat noch mehr Leben Ich habe ein Prime-Lead Aber ich weiß nicht, ob das reicht Ja Ich gucke mal, ob ich noch eine Schlange fühle Moin 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 Ich habe noch ein Prime-Lead Kannst du zwei reißen? Scheiße Was machst du? Ich bin aus Versehen losgelassen Ja, mach doch nichts Der bleibt doch bei dir Das ist ein Kompi Ich bin aus Versehen losgelassen Ich bin aus Versehen losgelassen Wo bist du denn jetzt? Oben am Baum Weil da nichts los ist Oben am Baum Ja, die kommen Ich stelle den da ab Und dann kannst du dann das Prime mit rausnehmen Wenn ich drauf schieße, ne? Ja, okay Aber du kannst nicht Ich habe nämlich kein Töpfchen mit Hast du Töpfchen mit? Ich habe Töpfchen mit, ja Wie kann ich nicht drauf schießen? Der ist doch bei dir Seht ihr mich? Warum nicht? Gold, guck Der steht hinter dir, oder was? Nein Ach, jetzt siehst du ihn wieder Wo ist er denn? Unter Nimmermeer Oh ja Und da war eben ein Kacahaufen drauf Und dann Sticker Ja Wo ist jetzt dein Vogel? Er ist umgekippt Kann ich vielleicht mal deinen Vogel hier wegnehmen? Das ist ganz blöd hier im Waffenen Der hat Der hat noch Ich habe kein Nichts mit, ne? Kein Töpfchen, kein gar nichts Schon reingetan? Ja Ich glaube nicht hält das 5 Minuten, 6 Minuten Ach, das geht locker Oh, der hat aber schon 2 gegessen Die dauert doch deutlich länger Hatte ich 4 mit? Ja, du hattest 4 mit Das war gut Ich habe das nicht gesehen Das rauscht du nur so durch Die ganzen Loot-Sachen Da ist er schon Da ist er schon Was ist das eigentlich? Level 167 Wie soll der denn heißen? Mädchen grün Die heißt Die heißt Die schnappt es gerade so nach Luft Furie Nein, weiß ich nicht Furie Die heißt Schreihals Mit den schönen Namen Schönen Namen Die heißt Kunibert Ne, haben wir ja schon Ne, nenn ich sie Kuni Kuni? Gut So Tröpfchen wieder raus Muss ich aber auch nach Hause bringen Kein Problem Kannst du mal bitte wieder zurückkommen? Das ist deiner, ne? Aber das ist doch schon schnell Sie hat ein Level ab Da kommt sie ja mal Guck mal, der ist 170 Ja, haben wir, ne? 167 war er eben Hä? Was ist da jetzt passiert? 100? Wo ist er denn? Wer? Na, der Der Kleine Auf meiner Schulter? Achso Ach, das ist ja auch gut Ich sehe den da nicht Das ist ein bisschen blöd Ich sehe ihn aber Er ist auf meiner Schulter Okay Da ist denn noch eine Primit rum Was läuft da rum? Primit Ah ja Siehst du den Raptor? Der ist gerade bei was kleinem Das ist im Wasser Aber ich glaube, das ist nur ein Dilo Das ist nur ein Dilo Und ich glaube, ein toter Dilo Level 96 Raptor Ach, den nimm ich mal mit Lass mal nach Hause Ich hab mir wieder so viel geschafft heute Das war ja Dilo Nichts, ich meinst Was? Nichts, schon gut Ich glaube, es ist nur ein Dilo